wie die alle mit dem messer vorlaufen alter ich will das messer haben kann man nicht auch irgendwie triggern dass die das die drauf haben also du weißt was ich mein mit dem baseball schläger ich will das messer jetzt bin ich glücklich wir auf denen dann überhaupt schon graffitis ich finde es noch strange irgendwie links rider was rider da ja passt okay ich glaube ich lasse nur ganz am anfang fürs intro das wo ich die alte mit dem messer einfach u z u m y m was ist das für ein cheat schau mal waffen oh geil oh geil jetzt kannst du den sowohl wegschneiden wenn ich jetzt noch mal angreifen ey hey seriously what the fuck are you doing grove street er ist auf der karte ja ja passt achso weil er das sprit ja und jetzt hinter dem gebäude auf der mauer da mhm das hier ja und jetzt geradeaus da aha ja passt und welche waren das jetzt? hier irgendwo daneben das wo du im haus bist nein 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 jetzt trete ich mal nach hinten so andersrum so wenn du jetzt nach rechts schaust wenn ich jetzt nach rechts schaue genau geradeaus jetzt ja boah ich hab grad den kopf fast umgefahren alter der ist einfach stehen geblieben pfff da bin ich auch groß mhm ne ich bin bei dem zweiten das ging diesmal erstaunlich einfach Nummer 7 schon und das da oben auf dem Dach was war das hier kannst du für mehr als die Spraydose nehmen gell die Spraydose die Kamera ne ich wär wär Spraydose Dose 1500 Dose achso genau hier geil da waren wir gestern echt schon ja der nächste ist in dem Tunnel gehieber von der Straße aber ja ist drin aber 9 von 100 aber diesmal funktionierts ja genau da dort ein Stück weit unten ein Stück weit unten und 2 und da ist dieser Tunnel da musst du rein aha wir sind einfach klar raus ach der ist hier fix ach warte ach warte ach dich ach 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 wollen wir bei 25 mal speichern ach 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 links hier oder hier in der Wand unter dem Carport also Ja, genau. Hier. Dann und seid da. Der Jetpack ist geil, aber er ist lästig zum Ausziehen. Hier. Das war aber nicht das, was wir gestern so lange gesucht haben. Hier. Jetzt neben dem Tunnel rechts, 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 genau und jetzt auf der anderen Seite ist es da. Oh. Aha. Hier rechts? Nein, nein. Warte, was geht's? Aha. Das wird unten sein. Ja, genau. Eine dritte Treppe. Aha. Ja, du bist behauptet. Mhm. Mhm. Fix. Ach da, dann wird das das Haus sein, ne? Ja. 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 Ich bin ja so gespannt, was passiert. Ja, ich mach mir viel zu viel Hoffnung. Ja, ich mach mir viel zu viel Hoffnung. So. Derjenige hier. Da, hier. Ja. 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 Ja, da ist es, da ist es. Ja. 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 Ich mach mir das Haus da recht schnell. Ja. 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 Wir tun, wir haben ja mal auf ein chegar. Auf ein scheiß Haus. Aha. Hops. Was bin das coole accountedarmat? Safe. Warum kann das nicht 50 sein alter? Das wird viel zu schnell gehen. Rechts. Aha. Oh, verfickt der. Das wird immer zu schnell. Rechts, rechts, rechts. Nein, nein. Wie nein? Jetzt links. Jetzt links. Achter. Wir haben 28, es läuft besser wie gestern. Andermal, rechts. Ja, ich seh's. Jetzt sieht man da wieder ein Video. Schau mir den Unterschied an. Boah. Ist ja fast dasselbe Popton. Warte, wann jetzt? Das ist... Ein Gebäude. Da, 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 geradeaus links. Ne, Quatsch. Links dreh ich um. Ja, genau. Nein, jetzt. Hier. Nein. Hier. Da, ich hab's gesehen. Ah. So. Aha. Ja. 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 Oh. Ist das so markiert. Ja, voll. Sieht ein JPEG jetzt schon mal aus? Ja. Jetzt rechts. Dann über die Mauer. Ach, da. Jetzt vorsichtig, da fällst du runter, wenn du rechts fällst. Aha. Aber das ist böse. Das ist gemein. Ah, das ist unter dir. Das ist unten an der Straße. Aha. Ja, ist auch gemein. Ah, du musst dann da runter. Aha. Fix. Da. Na, bisschen mehr in die Wiese rein. Ah, ja. Hier. Also. Ja, genau. Hier. Ja, genau, richtig. Genau. Ich glaube, wir haben sie schon gesehen. Du bist doch da irgendwo gerade durch die Gasse gekommen. Ja, durch die Schlangengasse hier. Nee, das ist, schau dir die Gasse an. Das ist so eine gerade Gasse. Da steht an dem Haus Metsch. Metschstock oder so. Da ist es. Da ist es. Wir sind dran vorbeigeflogen. Ich glaube, das ist aber ein anderes. Das ist aber ein anderes. Das ist auch ein anderes. Ja. Das sind zwei. Ja dann. Ja, schau dir das jetzt zwei. Genau. Ja genau, warte mal. Und jetzt. Ja. Hier. Aha. Hier in die Gasse? Achso, ja. Ja, passt. Zwei auf einmal. Gut. Jetzt geht wenigstens mal aufs Vorwärts. 39. 39. Genau, da ist es. Achte. Aha. 40 einmal. Ich habe es gefunden. Das ging schnell. Das ging eigentlich alle bis jetzt relativ schnell. Also, gleich nachladen. Das ist nur noch viel. Ja genau. Wo ist das da? Achso, das war auf einem Dach, gell? Nein, du musst ins Haus. Speichern. Ich habe nur gedacht, wir machen den jetzt noch davor. Achso, ich glaube. Also, entweder wenn ich rausgehe und reingehe oder wenn ich speichere, irgendwas war da. So, guck, das nächste. Ich blick's gerade nicht. Da war ein bisschen richtig. Runter. Hier? Ja genau da an der Ecke. Ja. Nein. Achte. Aha. Du siehst. Ich habe gedacht, ich kann am Stadion oben reinfliegen. Du kannst auch da drüber fliegen, du musst ja auf die andere Seite. Hier oder links? Funden. Hier. Genau am Beach. Ja, ich habe gedacht, hier unten. Das ist ein grünes Tag. Da müssen wir schon die einen Tags über taggen. Was ist das denn her? Seville. Seville Blood. Das ist das blaue Beide. Aha. Oder das andere woher. Das hier. Das hier. Das ist Graffiti. No way! Schöner Grün. Aha. Ja, grün auf grün bringt sich's. Das ist am Ende von den Rippen an der Wand da. Ja, ich seh's. Aha. Ich glaube runter. Da ist es. Links. Mann, ich muss erstmal runterkommen. Links. Wo? Hier. Ja, fix. Boah. Was ist denn mit der Steuerhund? Noah! Da. Da. Unten. Unter dir. Unter dir. Genau da. Aha. 49. Da machen wir jetzt 50. Aha. Okay, dann machen wir das Pause. Nehmen wir eine. Safe State. Boah. Ich kaufe jetzt einfach ein Haus. Ist das dein Geld oder mein Geld? Hast du's erspielt oder er cheated? Er cheated? Er cheated. Nein. Wieso war das jetzt zu teuer? Das hat doch 100.000 gekostet. Er hat noch 250.000. Ich hab keine Ahnung. Ich hab grad einen viel höheren Preis gelesen. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, aber eine Million wär auch übertrieben. Sonst gibt's glaub ich in GTA San Andreas gar nicht. Das wär nicht übertrieben. In GTA 5 kannst du dir in der Story Mission die Golf Pass kaufen. Aber dafür müsstest du die Gesamtsumme am Ende von allen drei Spielcharakteren haben. Ah. Achso. Dann noch mehr. Ja dafür. Du kannst in der Börse ja so, 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 so. Ich glaub ich muss es nicht wetten, sondern da. Ja Felix du kannst ein Webbüro aufmachen. Ne, ne du kannst da handeln. Ach ne das war Vice City. Ja. Du kannst da handeln mit den Aktien und so'n Zeug. Mhm. Aber das wirft kaum Zeug ab. Also du musst echt Glück haben. Das ist wie wenn du Poker spielen würdest. In der Story Modus. Ja. Wird's dir das Casino geben und im Story Modus wird das funktionieren. Aber so musst du ständig die Mission entweder neu spielen. Was glaub ich auch nicht mal ein Geld mit dem Geld. Oder. Ja. Please subscribe, Alter. Please. Ja. Ja.